Hallo und willkommen bei den Spezialisten für BMW Mercedes. Heute geht es um eine Getriebespülung mit einem 8-Gang-Getriebe bei diesem 535 XT aus 2014. Also das ist der neue oder der F11-5er Facelift. Das Fahrzeug hat das 8-Gang-Getriebe und darum geht es auch in diesem Video. Viele von euch fahren diese Fahrzeuge und wissen nicht, dass eine Getriebespülung, ein Getriebeölwechsel notwendig ist, sogar vorgeschrieben. Der Hersteller vom Getriebe, die Firma ZF, die schreibt vor, dass bei 40.000 ein Ölwechsel geschehen muss und bei 80.000 eine Spülung. Diese beiden Sachen muss man unterscheiden, denn bei einem Ölwechsel werden nur 3,5 Liter der Füllmenge von 9,5 Litern getauscht. Das heißt, wir haben 6 Liter schmutziges, dreckiges Öl, was im Getriebe übrig bleibt. Deswegen sollte man bei 80.000 eine Spülung machen, wo man das gesamte Öl komplett auswechselt. BMW ist der einzige deutsche Hersteller, die keine Getriebewartung oder Getriebespülung vorschreibt. Aber man muss das hören oder dem folgen, was der Hersteller des Getriebes besagt, den der beim, oder das Getriebe, was bei BMW verbaut ist. Wir haben hier ein paar Sachen aufgebaut und in diesem Video werde ich euch alles zu dem Thema Automatikgetriebe bei BMW erklären, erzählen und wieso es wichtig ist, die Wartung rechtzeitig zu machen. Wir sehen hier zum Beispiel die einzelnen Bauteile. Wir sehen hier zum Beispiel, das ist die Ölwanne von dem Getriebe, das heißt Ölwanne inklusive Filter. Wir haben hier zwei verschiedene Ölwannen. Eine Ölwanne hat 65.000 gelaufen, das ist die Ölwanne von diesem Fahrzeug, was wir hier sehen. Und die andere Ölwanne hat 81.000 gelaufen von einem Fahrzeug von gestern. Man sieht zum Beispiel, wenn man sich die Magneten anschaut von diesem Fahrzeug, dann sieht man, dass der Abrieb, die Metallspäne, wirklich fast identisch sind. Ihr könnt hier zum Beispiel sehen und hier. Bei beiden Fahrzeugen, das Fahrzeug von gestern war ein 530D, der ist ein 535D. Der 535D und der 530D haben 1 zu 1 das gleiche Getriebe. Man kann zum Beispiel sehen, dass es nicht darauf ankommt, was man für eine Laufleistung hat, sondern wie man das Fahrzeug behandelt. Das heißt, so ein Fahrzeug wie das hier, das bei knapp über 60.000 wirklich ein extrem dunkles Öl hat, was wirklich schon fast verbrannt riecht und so viele Späne. Deswegen ist es wichtig, wenn ihr mit eurem Fahrzeug länger Spaß haben möchtet, dass man halt eine Wartung auch wirklich durchführt. Das heißt, bei dem Motoröl macht ihr ja auch einen Ölwechsel. Genau so sollte man das auch machen bei dem Getriebe. Warum ist es wichtig, beim Getriebe rechtzeitig den Ölwechsel zu machen bzw. die Spülung? Man muss sich das einfach so vorstellen, Getriebe funktioniert einfach hydraulisch. Das heißt, wir haben unten eine Mechatronik und die Mechatronik schaltet die Gänge ein, je nachdem, was das für ein Gang ist. Diese Mechatronik hat Ventile und diese Ventile sorgen dafür, dass wir einen bestimmten Druck aufgebaut bekommen und der Druck sorgt dann halt natürlich dafür, dass der Gang eingeschaltet wird. Damit das passiert, läuft zwischen der Mechatronik und dem Getriebegehäuse Öl. Das Öl läuft ja nicht einfach nur so, sondern wir haben bestimmte Röhrchen, bestimmte Dichtungen, in denen das Öl fließt. Diese Dichtungen sehen zum Beispiel so aus. Die könnt ihr euch hier am besten anschauen. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass durch diese Dichtungen, wie man hier zum Beispiel sehen kann, oder durch solche Dichtungen, läuft das Öl. Wir haben dann einfach irgendwann das Problem, wenn zum Beispiel ein Getriebe nicht die Wartung einhält, dass das Öl irgendwann seine Eigenschaften, seine sozusagen Schmierwirkung verliert. Und was passiert dann? Wir haben höhere Reibung, wir haben höhere Temperaturen. Und durch diese höhere Temperaturen haben wir die Problematik, dass diese ganzen Gummidichtungen, die im Getriebe wirklich für diesen Druckhaushalt oder sozusagen Druckeinhaltung überhaupt sorgen, dass die Dichtungen irgendwann hart werden. Wenn die irgendwann hart werden, dann haben wir das Problem, dass das Öl nicht mehr durch die Dichtung fließt, sondern an der Dichtung vorbei. Das heißt, es fließt sozusagen an den Seiten vorbei oder das heißt, die Dichtung hält einfach nicht in die Stand. Wenn das passiert ist, dann habt ihr ein Problem. Wir können das feststellen anhand der Adaptionswerte von dem Automatikgetriebe, in welchem Zustand ist euer Getriebe. Wenn ihr zum Beispiel zu spät die Spülung gemacht habt, dann habt ihr zwar vernünftige Sachen verwendet, wenn ihr natürlich original ZF Ölwanne inklusive Filterfände habt oder zum Beispiel via originales Öl von ZF, aber dazu komme ich noch ein bisschen später. Wenn ihr aber diesen Zeitpunkt verpasst habt, der rechtzeitigen Wartung, dann könnt ihr die besten Teilefände haben der Welt. Diesen Verschleiß an diesen ganzen Gummidichtungen kriegt ihr nicht mehr weg. Und das Problem, was dann einfach passiert, was man anhand der Adaptionswerte sehen kann, bei dem BMW Tester, im Automatikgetriebe ist einfach Folgendes. Wenn wir zum Beispiel, wir haben eine bestimmte Norm, das heißt, das Getriebe muss einen bestimmten Druck aufbauen, um jetzt zum Beispiel einen Gang einzuschalten. Und der BMW Tester zeigt uns, wie viel mehr Druck muss das Getriebe ausüben, um diesen Gang einzuschalten und wie lange dauert der Prozess. Je länger der dauert und je höher der Druck ist, desto schlechter ist das. Für uns, für euch, für das Getriebe. Warum ist das so? Ihr könnt euch am besten das mit einem Schalter vergleichen, Schalter und einer Kupplung. Je länger ihr die Kupplung schleifen lässt, desto kürzer hält die Kupplung. Genau das gleiche Prinzip ist das hier. Je länger es dauert, bis der Gang eingelegt ist, bis die Lamellen im Getriebe haften, desto länger schleifen die Lamellen aneinander und reiben halt ab. Und wenn die abreiben und abgerieben sind, sieht das halt so aus. Das heißt, ihr könnt halt das Problem haben, ihr habt einfach gedacht, okay, ich mache die Spülung ein bisschen später, nicht bei 80.000 oder bei 100 oder bei 120 und denkt, dann ist alles okay. Könnt ihr gemacht haben, die Spülung, aber wenn ihr zum Beispiel diesen Moment verpasst habt und eure Gummidichtungen nicht mehr hart geworden sind, dann habt ihr zwar gespült, aber dieser Prozess, der sozusagen angefangen hat, dass diese Lamellen sich abschleifen, der wird nicht verschwinden, obwohl ihr die Spülung gemacht habt. Das heißt, dann muss man hingehen, man muss die Mechatronik ausbauen, man muss bestimmte Dichtungen austauschen, die undicht sind und danach ist dieser Prozess halt dann aufgehalten. Deswegen solltet ihr die Sachen rechtzeitig machen. Wenn ihr zum Beispiel bei 80.000 die Spülung macht und alle 80.000 die Spülung macht, dann wird dieser Prozess, dass die Gummidichtungen irgendwann hart werden, niemals passieren, weil denn das Getriebe arbeitet in einem Temperaturoptimum, das heißt, in einer bestimmten Temperatur, für die die Gummidichtungen auch sozusagen entwickelt wurden, hergestellt wurden und wir haben vernünftiges Öl, das Öl hat seine gute Qualität und dadurch haben wir auch nicht zu hohe Temperaturen. Wenn ihr natürlich aber zu lange wartet, habt ihr Geld investiert für eine Spülung, dann stellt man zum Beispiel, wenn man wiederkommt und sich mal nochmal die Adaption bitte anschaut, stellt man fest, okay, die Adaptionen sind immer noch relativ schlecht beziehungsweise schlecht, dann weiß man, okay, die Ursache, warum die schlecht sind, ist einfach, dass diese ganzen Gummidichtungen mittlerweile einfach hart geworden sind, dass das Getriebe einfach zu lange braucht, um einen bestimmten Druck aufzubauen und beziehungsweise halt einfach mehr Druck ausbaut oder aufbaut, als es eigentlich sein soll. Daher solltet ihr auf jeden Fall die Getriebespülung rechtzeitig machen. Wenn ihr euch für eine Getriebespülung entscheidet und ihr, sagen wir, noch in der Zeit seid oder wie auch immer, muss man natürlich gucken, dass man halt die Getriebespülung vernünftig macht. Es gibt verschiedene Sachen, was man machen kann. Man kann zum Beispiel eine Getriebespülung an der Getriebespülung sparen und es ist wie überall im Leben, man bekommt das, was man bezahlt. Wenn ihr zum Beispiel eine Original-ZF-Ölwanne kaufen möchtet, die kostet 180 Euro. Man kann aber auch zum Beispiel eine Zubehörwanne kaufen, aus einer Zubehör, die kostet zum Beispiel 50 Euro. Genauso kann man zum Beispiel ein Original-ZF-Öl nehmen für 27 Euro der Liter oder man kann auch 20 Liter kaufen aus dem Ausland Getriebeöl, was nicht original ist, für 20 Liter 90 Euro. Deswegen muss man mal gucken, was man halt möchte. Wenn wir so ein Getriebe spülen, wollen wir keine Experimente machen und nicht an der falschen Stelle sparen, denn so ein Getriebe kostet 9.000 Euro. Deswegen fänden wir nur Original-Teile. Daher zum Beispiel, uns kosten die Original-Teile selbst um die 600 Euro, nur die Teile an sich. Das heißt, 180 Euro kostet die Ölwanne und wir brauchen zwischen 15 bis 18 Liter für eine Spülung, je nachdem, wie schmutzig das Öl ist. Das heißt, könnt ihr hochrechnen, 27 Euro der Liter, ZF-Originalöl, könnt ihr hier sehen. Die Original-Ölwanne, das ist das, was ungefähr nur an Teile uns diese ganze Prozedur kostet. Daher hat man ungefähr auch einen Unterschied, kann man sich im Endeffekt vorstellen. Daher gibt es auch zum Beispiel eine Option, mit Chemie zu spülen. Das heißt, manche sparen auch, wie gesagt, an der Sache, dass sie einfach altes Öl verwenden, in das alte Öl eine Art Chemie reinpacken und dann mit alten Öl und Chemie halt spülen und dann halt neu befüllen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist erstens, dass der Hersteller ZF sagt, ins Getriebe gehört keine Chemie, weil die Chemie greift halt diese ganzen Gummidichtungen an, was ich euch schon erklärt habe, weil die dann temperaturempfindlich sind. Zweite Problematik ist, wenn wir einmal sozusagen Chemie im Getriebe haben, kriegen wir diese Chemie nie wieder raus. Denn wir haben im Wandler Kanäle, wir haben im Schallschieber Kanäle. Und das heißt, wie so lange, wie man wirklich spülen müsste, um diese ganze Chemie rauszubekommen, das ist einfach nicht lohnenswert, einfach finanziell gesehen. Daher, wie gesagt, warum machen das viele? Die machen einfach eine Spülung mit Chemie, um einfach Geld zu sparen. Wenn wir zum Beispiel 15 bis 18 Liter brauchen, um so ein Getriebe sauber zu spülen, denn wir spülen nur mit sauberen Öl, braucht man zum Beispiel bei einer Chemie nur die Hälfte, weil man spült ja schon mit schmutzigem Öl und Chemie. Deswegen befüllt man einfach sozusagen neu und so hat man das Ding irgendwas gespart. Wenn wir zum Beispiel so ein Set bestellen, wir bestellen die Sachen direkt von ZF, bekommen wir halt die Ölwanne, die man hier sehen kann. Das ist eine nagelneue Ölwanne von ZF. Man sieht, hier ist auch der Filter entdeckt, hier sind die Magneten. Wir bekommen auch die Dehnschrauben mit, die Befüllschrauben ist auch mit bei. Aber in jedem Fall, egal was das Fahrzeug gelaufen ist, egal ob das Fahrzeug jetzt nur Autobahn gefahren ist, nur Start, wie auch immer, gucken wir uns immer die Adaptionswerte an. Denn anhand der Adaptionswerte kann man immer sehen, wie ist der Zustand von dem Getriebe. Und dann können wir auch sagen, hör mal zu, bei dir ist eine Getriebespülung sinnvoll oder wir können sagen, hör mal zu, bei dir ist es für eine Getriebespülung einfach zu spät. Wir müssen nicht nur spülen, sondern wir müssen auch den Schallschieber rausnehmen und wir müssen diese ganzen Gummidichtungen ersetzen. Oder es kann auch passieren, dass wir das feststellen, dass wir den Schallschieber ausbauen müssen, zerlegen und auch die Gummidichtung im Schallschieber halt zerlegen müssen. Oft werden wir auch gefragt, ja, ich möchte ein Getriebeupdate machen. Das heißt, ihr müsst einfach verstehen, dass ein Getriebeupdate nicht helfen wird, dass euer Getriebe besser schaltet. Damit ein Getriebe vernünftig schaltet, müsst ihr physikalisch das Getriebe im vernünftigen Zustand halten. Das heißt, vernünftiges Öl, regelmäßig Ölwechsel, vernünftige Teilwänden. Wenn das im Endeffekt nicht geholfen hat, dann hat man noch als letzte Chance die Möglichkeit, zum Beispiel ein Getriebeupdate zu machen, damit man halt sicher ist, dass man die aktuellste Software hat. Genauso ähnlich ist es auch bei dem Verteilergetriebe. Haben wir bei dem Fahrzeug auch gemacht, das Verteilergetriebe hat auch Verschleiß. Denn das Verteilergetriebe funktioniert ähnlich wie zum Beispiel ein Automatikgetriebe. Es gibt auch Lamellen, es gibt auch eine Haftung. Und bei diesem Fahrzeug habe ich das Öl da aufgefangen. Irgendwo habe ich das bestimmt. Kann ich mal ganz kurz zeigen. Also hier. Hier kann man das zum Beispiel sehen. Es war nicht mehr viel, aber man kann ungefähr ahnen, in welchem Zustand so ein Verteilergetriebeöl gewesen ist. Also so kann man ungefähr sehen. Das Öl hat die Farbe fast wie Motoröl. Und man muss auch verstehen, das Getriebeöl hat auch eine Farbe wie Motoröl. Und das sollte nicht so sein. Denn wir haben im Verteilergetriebe und Automatik, wir haben keine Verbrennung. Wir haben keinen Ruß. Deswegen sollte das Öl eigentlich so sauber sein wie vorher. Das heißt, das normale Öl, könnt ihr euch angucken, welche Farbe das hat. Das ist wirklich, ups, ein bisschen zu viel. Das ist die normale Farbe zum Beispiel von dem Verteilergetriebeöl. Und so ist auch ungefähr die Farbe von dem Öl des Automatikgetriebes. Bei manchen Getrieben haben wir halt noch einen Farbstopp mit drin. Zum Beispiel bei dem Ackerangetriebe haben wir zum Beispiel, ist das Ding grünlich, aber spielt da keine große Rolle. Bei dem Verteilergetriebe ist das nicht sinnvoll, einfach einen Ölwechsel zu machen, weil BMW hat das ja schlau gemacht. Die haben, früher hatten sie eine Befüllschraube und eine Ablassschraube. Mittlerweile haben sie nur noch eine Ablassschraube und Befüllschraube in einem. Dann hat man halt die Problematik, dass wir einfach dort nicht mehr das Öl vernünftig irgendwie, wie soll man sagen, ablassen können, sondern wir müssen das Öl einfach absaugen. Und wenn ihr euch einfach vorstellt, das ist zum Beispiel das Verteilergetriebe, dann könnt ihr euch vorstellen, hier ungefähr ist die Befüllungablassschraube und man saugt halt ab, aber der ganze Dreck, die ganzen Späne, die befinden sich auf dem Boden. Deswegen machen wir bei dem Verteilergetriebe auch eine Art Spülung. Das heißt, wir befüllen das Verteilergetriebe, saugen ab, befüllen nochmal und machen das so lange, bis das Öl halt komplett sauber ist, denn so macht das am meisten Sinn, dass ihr länger was auch von dem Verteilergetriebe habt und auch vom Automatikgetriebe. Ich denke mal, alles soweit zu der Thematik gesagt, wenn irgendwelche Fragen sind, Anfragen an sich, am besten ein paar E-Mails mit Fahrgestimmungen und Laufleistungen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.